Cool, super. Victor, kannst du dir an Christine nochmal was zeigen, was du auf dem iPad gemacht hast? Ja, was habe ich denn gemacht? Vielleicht ein Bild oder vielleicht Text? Ja, da bist du drauf, da ist die Frau drauf und ich bin da drauf. Ja, das passt. Super, haben wir das nicht gekriegt. Das ist auch schön. Dann kommen wir hinter der Kamera auch in das Video mit rein. Ja natürlich, ihr müsst ja runterbeißen. Aber die Kamera. Das wird gut heute. Ja, zwei Minuten noch. Da. Die Kamera. Das stimmt. Da, da, da. Masin muss eine Kamera vorbeigecken. Wunderschönen. Wenn eine Kamera vorbeigest. Wow, das ist super, wie soll das wirklich freuen, da kann man ganz viel Dampf hoch. Oh, okay, danke. Oh ja, kann man nicht sein! Nein, 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 nein